Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Fire Emblem Free Houses in Kapitel 4, 5, 6, 7, 8, keine Ahnung. Steht das hier? Nein, ich habe keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt. Wir sind in irgendeinem Kapitel am Anfang und sind auf dem Weg zum Boss, der noch ein bisschen weiter weg ist. Aber wir sind ja schnell unterwegs, also zumindest einige von uns. Ach, die haben tatsächlich nur vier Movement. Es ist ja kein Wunder, dass sie so langsam sind. So, vier? Ja. Ist doch unglaublich. Kein Wunder, dass ihr mal zurückfallt. So, was haben wir hier? Ein bisschen EP und eine Strategin-Anbindung. Was haben wir hier? Ein bisschen EP. Und ein Level Up. Oh, schön. Das Level Up ist ein ziemlich hohes Ziel. Du hast Magie dazu gekriegt, Junge. Ich glaube nicht, dass du ein alt so hohes Magie-Wachstum hast. Das traue ich dir irgendwie nicht so ganz zu. So, in zehn Jahren sind die Jungs und Mädels dann auch mal da. Müssen eigentlich umdrehen und die abfangen, die sonst nur die Mercian. Okay, äh, die Haupttruppe wird sich um den Boss kümmern. Jetzt stellt sich die Frage, wer die Haupttruppe ist. Und ihr kümmert euch um den. Weißt du, wem brauchen wir, glaube ich, beim Boss? Das wäre, glaube ich, nicht so verkehrt. Glaubst du, die fragilen Einheiten, die lassen wir dann lieber... ...hinten. Ich denke mal nicht, dass wir den besiegen, oder? 14. Wir müssen seine Lanz-Sitz-Untergangsjahr auch einmal kurz tanken. An der 17. Was haben wir? 35. Wir sollten mich besiegen können, aber zum Tanken sollte es reichen. So, wie weit kommen die hier? Oh, die haben auch nicht so die Reichweite, die die anderen haben. So, kann losgehen. Da hat er die Mieter doch einfach seine Zeile gestohlen. Okay, einen Kampf brauchst du noch. Den werden wir ihr irgendwie geben. Und wie viel machen die auf Felix? Ach, du Kerl ist klar. Kann die nicht mal innen ran. Tönig überlebt er das. Ach. Ist doch nicht wahr. Das ist doch echt unglaublich. Alles muss man selbst machen. Das ist doch eigentlich egal, was es echt macht. Kann eigentlich schon mal wieder zu uns kommen. Das war's so. Das war's. Ich bin hier für den Lanz der Ruhe, Miklan. Ich versuche es dir. Ich will dich nicht schuldigen, aber ich werde. Hör auf und sterben. Wenn nicht für dich, wenn es nicht für dich gewesen wäre... Hör auf! Ich bin so schwer zu hören. Du hast mich immer schuldig für etwas, was nicht meine Schuld. Our power is yours. So. Schreibt ihm mal die E.P. Okay. Dann kriegst du nämlich ein wunderschönes Level ab. Ich sag doch, es wird wunderschön. Not bad for your kind. A bunch of spoiled rotten children. What the hell? Weh. I need to流ag...? Weh. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Du wirst. Aber, ihr ist fragen. Du wirst. Du wirst sie. Du wirst sie weg. Was war. Du wirst schuldig! Oh! Wir sind ja. Warum hat sich unsere ganze Aufstellung verändert? Ach! Ist doch nicht wahr. Konstanz braucht es unbedingt noch im Kampf. Na gut, ob sie das jetzt gegen die beiden Vollfasten kriegt oder nicht, ist eigentlich egal. Der hat auch mal auf ihn. Der hat auch mal auf ihn. Oh, das wird gut großer. Der trifft die Sau auch noch. Da will ich den mit der Wahrscheinlichkeit von 0 gleich wegkritten, wenn ich das schon sehe. Nee, das hat Petra ja leveled up. Wow. Ich glaube, die Leute hier nehmen auch irgendwas. Stell ich mal da an. So, einmal hier hin. Ich glaube, es ist eigentlich sinnvoller, wenn du dich da anstellst. Was ist das? Es ist wie, wenn du ein schlechter Traum auf Leben sehen kannst. Na, wenn ich so aussehen würde, würde ich auch so drauf sein. So, dann kann Dimitri von hier mit seinem Strategen angreifen. Dann ist die Seite auch weg. Dann kann er gleich noch kurz zur Seite gehen. Kann sich da Ash entstellen und Ash kann dann den da kaputt machen. Oder er kann es auch nicht. Ist doch echt nicht wahr. Wie viel fehlen. Wir haben nicht zufällig was auf Vorrat. Oh, warte, da war ein Stallbogen. Nein, Vorrat. Jetzt nimmst du dir diesen Stallbogen. Jetzt haust du den weg. Wer bin ich? Dieser Junge, ne? Setz dich jetzt da hin und schämst dich erst mal. Wie man es richtig gemacht haben will, ne? So. 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 Gut, nächste Runde kriegen wir den Platt und stellen wir uns einfach da hin. Beenden jetzt mal den Zug. Dass, äh, kurz sagen, es ihren Kampf noch kriegt. In der nächsten Runde machen wir den fertig. So. Du kannst ja nicht mehr helfen. Ich weiß noch nicht, wobei, aber was soll's. So. So, gut, kommen wir zu dir, mein Großer. Machen wir uns mal ein bisschen Platz hier. Nice. So gefällt mir das. Das will ich so sehen. Doppel-Level-Up. Nice. So, was haben wir hier? Ja. So. Daneben, Junge. Leider vorbei. Gleich triffst du's der nächste Mal. Einmal in Resistenz. Kann ich nicht klagen. So, Lisi. Reicht natürlich nicht. Nein, wir sind ein paar Mal. Nein, wir sind ein paar Mal. Ich bin hier auch hier. Daneben. Ich sehe nichts. Danke. Jetzt müsste es reichen. Tja, da bist du platt, wa? Oh, das ist ein Klapp. Oh, das ist ein Klapp. Aber sie ist ein. So, in 10 von diesen 20 Zügen haben wir uns bestimmt damit verschwendet, einmal um den ganzen Turm herumzulaufen. Das hätte man sicherlich auch besser machen können. Ich will ja nicht kritisieren, aber... Ach, Kapitel 5 waren wir. Wisst ihr Bescheid. Vielleicht. Aber ich möchte mich nicht in einen Monster verwandeln. Ich habe schon gehört. Natürlich. Hm, das wusstet ihr? Momentchen, Momentchen, Momentchen! Haus Gautier, wierst du, dass du, dass du nie ein Verzweigungsstück wirst? Auf meiner Familie, und auf meinem Bruder's Leben, wierst du. Sehr gut. Trotzdem, ich habe eine Verzweigung. Du musst du niemals geben, dass du jemanden diesen Lampen wirst. Dein Bruder hat sicherlich demonstriert, was das Gebet für diejenigen, die diese Restriktion verbreiten. Ja. Ich... Ich werde es nicht kurz vergessen. Ist dein Gespräch vorbei, Professor? Alles gut bei dir? Ich war nur über etwas zu denken. Professor, die Verzweigungsstück und Kresten ist sehr wertvoll in Fargus, seit Jahrhunderts. Es ist weit von unmöglich für jemanden zu verlieren, um ihre Haus zu führen, weil sie keine Kresten haben. Juste wie Miklan. Das ist auch mein Vater. Der größte Kind des König. Aber er hat niemals auf dem Throne. Alle Familien, die Blöden mit den Kresten der Kresten der 10 Eliten sind ähnlich. Aber Haus Gautier nimmt sie einen Schritt weiter und absolut braucht einen Heer, der eine Kresten hat. Aber warum ausgerechnet die? Auf das Haus. Die Kraft der Kresten ist eine Neuheit, nicht ein Luxury. Haus Gautier holds the most northern territory in the Kingdom and they have fought with the people to the north for many years. The head of that house is responsible for protecting that territory from fearsome Invaders, whom they keep at bay with the power of Kresten and Relics. In exchange for that responsibility, they are granted special privileges within the Kingdom. Hmm... Verstehe. Nein, Schleifon. Ich weiß ja nicht, wie siehst du denn das? Ich weiß nicht, wie es das überhaupt möglich ist. Jeder hat etwas, was in ihnen nicht acceptable ist. Ich bin sicher, und ich würde sagen, dass du auch machen. Ich frage mich, was besser ist, Professor? Das, was nicht acceptable ist? Oder finden eine Art, was zu akzeptieren? Professor, du hast gut gemacht, um so schwierig zu machen. Du hast gewählte Leistung in deinen Studenten gezeigt. Ich bin immer wieder dankbar für den selten zurückgekehrt der Helik der Helik. Wie ich erwartet habe, du hast die Schwung des Kreators gemacht. Jetzt werde ich dir über deine Mission für den kommenden Monat erzählen. Reha, Archbishop! Nein? Nein? Da ist die arme Flame verschwunden. Das war's für die Räper. Part 1. White Clouds. Horsebow Moon. Rumors of a Reaper. As cold air begins to creep in from the north of Fargus, Fodlan welcomes the riches of fall. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ne? Aber ich finde das schade, dass wenn wir in der Erkundung sind und das Kloster erkunden, dass man da die Jahreszeit nicht sieht. Es wäre schön, wenn wir da im Winter Schnee hätten. Dass sich zumindest der Himmel so ein bisschen verzieht. Dass es im Sommer ein bisschen fröhlicher ist. Dass die Farben da blühen oder so. Ich finde, man merkt da jetzt nicht so wirklich einen Unterschied. Ah, ja. Hi. Oh, es ist nur du. Ist es ein Grund, dass du hier bist? Nichts Bestimmtes? Oh, ich sehe jetzt. Du hast dich selbst kaktiviert von meinen Charmen. Das ist immer so, dass die von uns mit so einer transzendenten Schönheit gebeten sind. Nee, das ist nicht der Grund. Sechs setzen. Was war das, was das Verzicht? Are you trying to convey that I'm a mere commoner, like yourself? Well, you are correct. Think of me as a temporarily embarrassed noble. Even a gilded wyvern must take refuge in its cave occasionally. Äh, viel Glück. Ich kann's dir bescheren, wenn ich dir eine Göttin-Ikone gebe. Äh, danke. Ist nicht nötig, ich habe Arbeit. Ich möchte gehen. Ich möchte, dass das Zeitpunkt nicht verletzt werden. Ich zeige mir nicht nur dein Talent für die Lehre, aber deine Wälder, 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 deine Wälder. Ich will dir einfach nur eine 6 geben in allen Unterrichtsfächern, in denen ich dich habe. Und wenn ich Hannemann und Manuela überreden muss, ich werde sie einfach bestechen. Die werden nicht nein sagen können. Wie ich glaube, dass du schon wissen bist, Sedith's junge Frau, Flayne, hat sich verletzt. Im Moment, all we know for certain, ist, dass sie nicht Gehrig Mock hat. Flayne ist nicht der typische Person, dass sie einfach nur auf seine eigene Wälder, ohne mich zu erzählen, wo sie geht. Wir suchen die Monasterie, aber haben nichts gefunden. Ich bin jetzt mobilierter die Knights, um zu suchen die Stadt. Träublichen Räume haben sich vor Ort, um die Räume zu gehen. Gerüchte? Wenn sie nicht verletzt wurde, wenn sie so eine Wälder getötet, wo sie ist? Sedith, erinnert sich, dass die Verletzigkeit verletzt wird. Bitte, mach dein Besten, um sich zu verletzieren. Ich denke, dass deine Frau als Familie, auch. Sie wissen das. Sie haben meine Unterstützung. Wir werden uns selbst vollständig, mind, Körper und Säu zu recuperieren. her professor your mission for this month is to help find flame the knights have the town covered so i ask that you focus your efforts on searching the monastery again we do not have time to waste you have your orders flame has disappeared set of must be beside himself so finding little flame is our mission for this moon leave it to me professor chasing after girls is my specialty so lane even you must agree that now isn't the time for jokes i hope flame is okay i've heard rumors about some death knight running around town sounds intriguing i've been hoping to cross blades with him felix please consider how sedith must be feeling right now in any case we must start our search at once every moment matters on your order professor let's try to collect as much information as we can cool das können wir dann beim nächsten mal machen hi okay i'm on the lookout for suspicious individuals the only place i've yet to check is the library äh gehen wir zusammen as you wish candlelight and who is that vielleicht ist es der der ritter des todes noch schlecht wird's auch nicht sein professor to do what are you up to at this hour your highness my apologies though none necessary i'm sorry for startling you i was just doing some research but i'm just about finished i didn't realize how late it had gotten we'd better head back to our quarters to do until tomorrow professor the most unusual man whatever could he have been looking for so late at night that book is quite askew he must have rushed to put it back upon the shelf he must have died or fallen to financial woe hmm i can't imagine what this has to do with flame i have a book from my face i'm so to say zensiert oh the mission geile petrat geburtstag i have gratitude da ist die blumen liebe ja wir können nur erkunden gehen aber ich möchte beim nächsten mal noch ein paar examen schreiben denn einige unserer leute können die klasse wechseln das möchte ich ausnutzen das heißt wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder ich hoffe ihr seid dann auch wieder mit dabei vielen dank fürs dabei sein ich verabschiede mich immer mit einem ciao das ist 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 das